Hallo meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Icehack-Sieger und herzlich willkommen zum neuen Röhnchen Let's Baller Counter-Strike Global Offensive. Und ich würde mal sagen, fangen wir doch gleich mal an und suchen ein Spiel. Hat er mir eine Einladung geschickt oder was? Will ich aber nicht. Und wir spielen zuerst mal, ja kommen eine Runde Wettrüsten in der Wettrüstgruppe und los. Hoffen wir, dass mal was Gutes wird. Ich habe vergessen den Timer zu starten, aber ist eh egal, weil wir spielen hier ungefähr zwei Röntgen. Ungefähr, da kommt immer so hin. Und den, hier, muss ich mal kurz hier rechts hinsetzen. Fußnunder, oh wunderbar. Ah, tut mein Fuß noch weg. Wieso? So, na komm laden. Lade, laden, 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 laden. So, na komm. Und jetzt fängt ich mal an. Wir gehen zu Diterrors. So, und hoffen, dass wir ein bisschen was machen können hier. Jo, sterben zum Beispiel. Immer ne gute Option. Ich mach mal hier ein bisschen leiser. So. Yes. Es leckt wie Sau. Es leckt wie Hulle. Ich hab, hab ich den Ping 43. Wir sind das für ein Server. Ping von 43. Nice, nein. Ist nur in Ordnung. Aber. Trotzdem ganz schön. Oh, das ist ganz schön hoch. Der Idigu. Oh, mein eigener. Ja, komm. Komm. Was ist denn da los? Wieso treff ich den nicht? Ja, und da ballert mich der Nächste von rechts rum. Ja, komm. Jetzt wird's langsam eng. Wo ist denn der jetzt? Jetzt haut's mich bestimmt eher um. Wollte ich grad sagen. Wie steht's denn? 3 zu 6. 3 zu 6. Das ist aber scheiße. Warten wir mal hier mal kurz. Ja, genau. Natürlich. Als ob der Instant gewusst hat, wo ich sitz, ey. Ja, wie sind mir wieder alle die Kills dealen, Alter. Ich hasse die Waffe. MP7 ist so scheiße. So. Schon besser. Jetzt aber. Wie steht's? 5,8. Wir holen langsam auf. So. Und ich hab immer noch irgendwelche. Bildschirmprobleme. Ja, komm. Meine Fresse, ey. Der blöde Xabi. Yo. Geil. Camper. Da wollt ihr mich alle verarschen, Mann. Das kann da wohl nicht wahr sein. Mann. Ja, und jetzt hat mir der noch jemand gestealt, Mann. Das... Fegt euch doch alle, ey. Da hast du schon mal einen direkten halben Meter vor der Flinde, der Typ, der hier saß. Und dann werdet ihr einfach weggestealt, ey. Ist das denn die Möglichkeit? Ich hasse die AK, Alter. Alles... Alle schwören übelste Suppe auf die AK. Und ich treffe mit der Dings ein. Scheiß, ey. Ich treffe alles, nur nicht den Typen, auf den ich grad ziehe. Oh, der ist mir wenigstens nicht gestealt worden. Das leckt wieder mal ein bisschen. Ich hab immer noch nicht rausgefunden. Warum? Du Junge. Jetzt hab ich noch zwölf Leben, Alter. Yo. Umgeknüppelt. Sechs zu vierzehn. Das ist richtig scheiße. Scheiß AK. Übelst viele, die ich kenne, die schwören... Da, das ist meine Waffe. Da freu ich mich. Die schwören auf die AK, aber ich treff mit der nix. Ich hab dann wirklich lieber hier die Waffe, wo ich ein bisschen... Schön ranzung. Kann. Kann. Ich hätte lieber so ne schöne Waffe, wie die SSG heißt die glaub. Ne, SG. Ja. Jo, jetzt haben wir schon den ersten Kollegen auf dem Goldmeisterstüchchen. Ich hab aber nicht gesehen... Jetzt haben wir noch mal den zweiten Kollegen. Jetzt muss ich... Da haben wir doch... Du nicht. Da ist der nächste auf dem Messer. Bestimmt der Kollege, der mich grad... ...unten her, komm, im Leck hat er mich umgeschossen, ey. Das muss natürlich aber auch in den behinderten Situationen muss das lecken, ey. Okay. Kaum reload das Ding jetzt heute noch. Ja. CTs haben gewonnen. Ein Röntchen machen wir nochmal. Dann sind wir nämlich von Anfang an dabei, gehts was für uns? Nope. Dann sind wir nämlich von Anfang an dabei und... Ähm, schaut's. Ich glaub die... Ah ne, aber ich hätt gern... Nein, ich hätt gern noch umstimmen auf Monastery. Nein. 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 Na ja, gleich nochmal, geht auch. So, falls ihr euch fragt, was das hier ist. Das ist das Wolfpack 13. Das ist ein Spaßclan vom Kollegen und mir und von anderen Kollegen. Da ist in Battlefield 4 entstanden und dann haben wir jetzt hier im Steam und dann haben wir ihn drin geholt und der Division ist da so, ne. Weißt du die Wahrheit. So, Terrors. Denn Andis sind scheiße. Ich mag... Ich spiel nicht gern Andi. Ich spiel als Andi immer... Ich spiel als Andi immer schlechter. Grundsätzlich mal. Ich weiß nicht. Jo, instant. Mutti macht Fudi. Ja, genau. So siehst du aus, Alter. Wie Mutti macht Fudi. Und was bist du, Alter? Der uneheliche Sohn von Nick Fittis Mutter oder was? Mutti macht Fudi. Alter, die Bison. Ich hast die Waffe. Am wenigsten ist die Reihenfolge jetzt besser. Bison, P90, dann... Ach, schon wieder das... Die MP7. Ja! Fuck, 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 fuck! Oh Gott, das war jetzt richtig Lack, Alter. Und jetzt bin ich auch noch gemarkt. Jetzt bin ich gemarkt fürs Leben. Oh, oh. Und das war... Nix gut. Und der war noch am Spawnschutz. Da hab ich natürlich... No kids! So, kommen wir hier fort. Watt, 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 watt. Hätte mich auch gewundert, wenn ich die jetzt erwischt hätte. Oh! Alter Verwalter! Wo kam denn der jetzt her? Auf einmal aus dem Nichts, ey. Ja, jetzt kommt meine Lieblingswaffe. MP-fucking-7. Na komm, nein! Wie spiele ich? 4 auf 3, gut. Positiv! Das war mal... Schon fast... Nice, boah! Reload! Scheiße! Das hatte ich an den Waffen. Ungenau! Und ein Magazin so groß wie... Du kriegst mich nicht, Junge. Nein! Ja, wir hatten Dämmi jetzt erwischt! Quer durch die Hütte durch, oder was? Alter, die blöde AK, ne? Ich versteh die Waffe nicht. Ich weiß nicht... Wie man die... Wie man die Waffe so hart... Feiern kann. Alter! Dankeschön! Das mache ich jetzt echt mal ernst. Der hat mir nämlich gerade einen Arsch gerettet, der Typ, der den gekillt hat. Ich treff gar nichts mit der AK. Seht ihr das? Ich treff überhaupt nichts. Ich treff absolut gar nichts mit dem Ding. Die AK versaut mir mal wie immer meine Stats, weil ich die Waffe einfach abgrundtief hate her. Der Karte... Der Karte... Ja, komm! Im Kreis doch, lass mich doch gleich ganze gegnerische... Team, äh... Kreis umbilden und dann, äh... Dürfen alle mal... Reinhalten, ey! Die Waffe ist schon besser. Jaaa, komm! Das Zuge... 1, 18, 3 Treffern, Alter! Pauuuum! Hat er mich doch noch umgetan. Der Sau! Der Sau! Ich kann gut Deutsch! Der Sau ist gut ins Deutsch! Der Sau hat mich gekillt! Pauuuum! Der Sau hat mich gekillt! Der Sau hat mich gekillt! Ich darf auch gleich jetzt... Auch gleich hocken bleiben. Da haben wir noch einen Slip. Den haben wir auch noch umgerupft. Oh! Echert! Na aber die Maxime ist auch so richtig... Ver... Jaaaa! Man! Mö, 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 mö! Ja komm, ey! Du Affe! Das ist mein Name, ich Jesse Doogee. Ich hab schon 5 Jahre, wie ich mit daran... Was willst du denn, Alter? ich bin wegen wichtig warum hier nur noch mal alter verweilter krieg ich die kretze ermöden so wie geil na gut den treffe ich wahrscheinlich nicht hatte jetzt habe ich ein bisschen mehr der offer mit seiner weg nein wieviel kd 17 auf 14 gut bin ich zufrieden mit zumindest um 10 ich gebe halt nicht und bärm was habe ich jetzt aber jetzt richtig gesehen jetzt nicht ganz gesehen yo hp ein bisschen quickscope gucken ob ich es kann ich weiß nicht gerade quickscope nein das hasse ich wenn ich nicht schieße und die waffe und schon change damit ich aus dem zoom rauskommen da kriege ich die kretze gut aber kann ja nur noch einhalten was 221 auf sitzen der reload war jetzt echt beschissen ich vergesse immer ich bin eigentlich so ein na jetzt aber alter aber ihr habt noch fünf leben das ein bisschen bisschen sehr wenig jetzt halte ich mich noch kommen alle die scheiß doppelbrett das aus und verkrüppelte dreckswaffe der blöden doppelbrett treff ich an ihr was eigentlich bin ich so für die typischen cs waffen bin ich komplett ungeeignet nein 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 jetzt hat er mich noch erwischt der arsch alter nein jetzt war ich noch aber erst aber noch besser von meiner truppe aber last kill ey oh nee oh nee eine runde mache ich noch im monastery alter nein das ist doch jetzt echt über die war das ist doch nicht wahr ey ich habe mir scheiße nein nein ich war last kill ich hasse es last kill ich liebe es wenn ich den last kill mache aber ich hasse es wenn ich den last kill bin oh nee das ist doch so kacke oh nee geh weg geh weg na mp die waffe bam ich habe einen bot umgelegt und der spun also dass der namen falsch geschickt das heißt wenn so so 2 auf 1 nochmals so 3 2 1 gooo ding 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 das ist college du bist jetzt dort und ich muss��r relautern ich reload der ist dort einer von mir der hier schön am queppen ist so komm ich will die scheißcoon loswerden Nein Mutti macht so lieb Lieb der Kollege Hier habe ich doch gerade eben irgendwas rotes gesehen Kann sein, dass wir den umgenommen haben Was habe ich jetzt MP? Oh man, ich hasse die MPs Abgrundtief ey Ja Wie er nicht stirbt Und wie ist ein Feuchten Interessiert, Alter Gut, mit der um P45 ist er natürlich schon Oh Gott Ich war gerade nicht bereit Ich habe gerade meine Hand nicht an der Maus gehabt Entschuldigung Ich habe da noch ein leichtes Hüsteln Nee, nee, nee Komm schon Du musst mich jetzt definiert Wieso leckt das denn jetzt schon wieder so Wie Suppe ey Ja Es geht das hätte ich auch gern So ein bisschen hier getänzelt Tinkleton getänzelt Dann musst du nie auf mich schießen Ich bin ein Kollege Ja Komm ey Wie, wie, was, wo, hier, wie Geh sterben Da muss ich gleich wieder husten Muss ich gleich wieder husten Husten Kurz husten Hupala Sorry Da hatte ich wohl einen nervösen Zeigefinger an der linken Maustestchen Na komm, der legt mich da auch wieder um Siehste Komm schon Oh, ich habe ihn sogar gehittet Ah Voll der Luckshot mit, mit Was Von wo Von wo Von wo hat mich der jetzt gehittet Manchmal wünsche ich mir, so wie bei COD, so eine Deathcam Ja, 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 komm Wo man, oh nein Wo man den Tod sieht Oder wo der Anna den Tod von Beziehungsweise sieht, wie ich gespielt habe Down Also Down Okay Jo Und der knüppelt mich um Auch mit der Abgesichten Ist natürlich auf Auf so nahe Distanz Echt Oh Alter Ist natürlich auf so nahe Distanz ist die 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 Abgesegte schon ziemlich Heavy duty, ne Hier Ja, wo kommst du Ja, komm, ey Panther King Panther King The Rapper, ey Wenn ich schon Rapper höre, ne Dann kriege ich schon wieder hier Dann schwellen mir schon wieder die Eier an Nein Das gibt's doch nicht Das kann doch nicht wahr sein, ey Dann komm der um die Ecke und mach bumm und dann bin ich weg AWP So, wir hier bereit machen Bam Der natürlich auch AWP AWP Hier Was, 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 AWP AWP, nicht AWP Was, was, Jakob Und das keine Errichtungen Das kind Das Gut, Upp Okay, fetter Wieso einmal ich jetzt fetter bin Aber ich bin's Was? Nein, das gibt's nicht Hab den jetzt echt nicht getroffen Nein! Ich bin immer zu schnell beim Kicksloben. Und klicke mich dann selber wieder weg. Das ist aber nicht der hundertprozentige Sinn davon. Ja... Alter, der erste Schuss ging ja voll in die... in die Klöten, ey. Der zweite war... Sorry. Hey, sorry, Dude. So. Jo, ich hab... Nein, und da hat's mich erwischt. Und wir spielen schon ziemlich lange. Äh, das heißt, das ist die letzte Runde. Und dann bin ich nicht die Aufnahme. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wie lange es geht noch hier. Bin grad Server 2. Wäre natürlich nice, wenn ich mal gewinnen würde. Würde ich mich schon so ein bisschen... So ein bisschen über die... Nein! Nein! Die Scheißpistole, Alter! Dritter vom Server. Ja, du Lacker, Alter! Der Kehl hätte mich jetzt mal interessiert, ob das Lack war oder ob er mich wirklich getroffen hat. Alter, die Pistole, die kann nichts, ey. Ja, und dann müsste von der Seite umgerupft, ey. Komm schon. Dritter. Gib mir irgendwas Gescheites. Hier liegt Blut. Hier liegt Blut. Ah, fuck. Ja, ich hab kein einziges Mal getroffen, ey. Ich denk doch zum Himmel, ey. Wo sind jetzt die Leute hin? Die ganze Zeit renn ich rum und seh alle Leute, ey. Und jetzt hab ich die... Die Scheiß... Pistole. Und werd noch gemessert, Alter. Alter. Alter, willst du mich verarschen? Die Pistole ist ja voll für den Arsch. Ich muss die Pistole auswechseln. Die kann ja gar nichts. Ja, komm. Und der ruft mich natürlich wieder mit einem Headdy um, ne. Oh Gott. Die war Server 2 da, Mann. Vielleicht voll verrissen. Komm schon, ich will noch ein bisschen was aufholen, ey. Gut, noch ist nichts verloren. Ah, Mann. Und da... Ey, das kostet mich an manchmal. Ja, okay. Der erste ist auf der... Kannst mich mal, Junge. Ja, jetzt hat er auch noch gewonnen, ey. So knapp war ich ran, ey. Jetzt kriegt wieder niemand was. Gut. Zurück zum Hauptmenü. Okay. So. Dann hoffe ich, ihr hört sich... B, 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 B. Denn hoffe ich, es hat euch gefallen. Wünsche euch gefallen hat. Lasst mir doch ein Däumchen hoch. Wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt, könnt ihr mir auch ein Abo da lassen. Wird mich auf jeden Fall extrem freuen. Ansonsten, meine Facebook-Page ist unten auch noch in der Videobeschreibung drin. Wenn ihr die auch noch liked, dann verpasst ihr nichts mehr. Dann gebe ich ab und zu mal ein paar Informations durch. Und verlinke die Videos, die ich hochlade. Und... Ja. Und ansonsten... Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.